Vielen Dank für die Einladung. Ich war heute Nachmittag bei der Veranstaltung nicht da. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht lauter Dinge, die Sie heute schon dreimal gehört haben. Ich glaube allerdings, es wird relativ wenig um Frau Schleich gegangen sein. Da bin ich einigermaßen zuversichtlich. In der Vortragseinladung, also der Vortrag hat drei Teile. Der erste davon ist, dass die mangelhafte materielle Haltbarkeit nicht das zentrale Problem ist. In der Vortragseinladung, die ich bekommen habe, hieß es unter anderem, werden die Zeugnisse des kulturellen Schaffens und der Wissenschaft, die auf digitalen Trägern festgehalten werden, schon bald verschwinden? Werden die ersten Jahre nach der digitalen Revolution in der Erinnerung späterer Generationen ein weißer Fleck sein? Und das ist quasi gesetzlich vorgeschrieben, dass man an dieser Stelle Johannes Tritemius zitiert. Ich tue das auch gleich. Den Abt von Spunheim, der im Jahr 1494 eine Art Essay geschrieben hat, zum Lob der Schreiberei, also des handschriftlichen Schreibens auf Pergament, der Laudes Kryptorum. Und darin schreibt er, gedrucktes aber, da es auf Papier steht, wie lange wird es halten? Geschriebenes, wenn man es auf Pergament bringt, wird an die 1000 Jahre Bestand haben. Wenn gedrucktes in einem Band aus Papier an die 200 Jahre Bestand haben wird, wird es hochkommen. Das wird heute gerne ein bisschen spöttisch zitiert, aber im Prinzip hat er natürlich mit diesen Zweifeln an der Haltbarkeit, das Papier ist völlig recht. Tatsächlich hat sich das Papier in der Zwischenzeit aber ganz gut bewährt, weil es sowohl billiger als auch leichter zu vervielfältigen war, als die handschriftliche Kopie auf Pergament. Und in dieser Abbildung sieht man schon, dass es sich nicht um ein handschriftliches Manuskript handelt, sondern um die gedruckte Fassung. Das Manuskript ist nämlich passenderweise nicht erhalten, das ist zwei Jahre älter, der Text ist dann nach zwei Jahren gedruckt worden und das wird nicht diese Fassung sein, aber zumindest ist er uns auf Papier überliefert worden. Es war also das flüchtigere Medium, das beim Bewahren geholfen hat. Und das ist eine Erkenntnis, die jetzt nicht neu ist, die hat sich im Laufe des 16. Jahrhunderts schon auf breiter Front durchgesetzt, dass sich Haltbarkeit nicht nur durch die Haltbarkeit des Materials erreichen lässt, sondern auch durch Masse. Auf dieses Prinzip setzt man auch im Tierreich, das ist der versprochene Froschleich, der Frosch legt den irgendwo in die Landschaft, das ist kein sehr haltbares Material, aber es ist einfach sehr, sehr viel davon da und ein paar davon, so ist das Frosch-Konzept, werden schon durchkommen. Der einzelne oder der seltene Gegenstand kann sich nie ganz auf die Haltbarkeit seines Materials verlassen. Für Vielfältigung ist eine mindestens gleichberechtigte Strategie, wenn man das Überleben von Informationen sichern will oder wenn man es zumindest, sagen wir, wahrscheinlicher machen will, weil es hundertprozentige Sicherheit auch dann nicht gibt, wenn man das Ganze in Marmor meißelt. Das ist natürlich da eine problematische Strategie, wo der Urheber überhaupt nicht will, dass ein Inhalt vervielfältigt wird, also bei privaten Daten oder bei kopiergeschützten Daten. Alles offen Zugängliche, Kopierbare hat naturgemäß deutlich bessere Chancen auf Erhaltung, einfach weil es in sehr vielen und zugänglichen Kopien existiert. Eine zweite Strategie, die auch nicht primär auf die Haltbarkeit des Materials setzt, fiel mir auf, als ich vor etwa einem halben Jahr bei Twitter aus einem Vortrag zitiert habe, den ich bei der Litflow-Tagung gehört habe. Da sagte jemand, Nachhaltigkeit sei kein Wert an sich und die nachhaltigste deutsche Architektur schließlich Bunker. Ich war davon begeistert und habe das getwittert. Es kam aber recht zügig ein Einwand von jemandem, der sagte, die nachhaltigste Architektur bei uns sind immer noch Sakralbauten. Es gibt Bunker auch einfach noch nicht so sehr lange. Die Kirche setzt eben nicht primär auf meterdicke Betonwände, sondern bewegt durch eine Idee, die Menschen dazu über Generationen hinweg immer wieder die Kirche zu reparieren, wenn sie zu bröcklen anfängt. Und falls sie dann doch mal im Krieg einem Bombenangriff zum Opfer fällt, baut man oft an derselben Stelle eine neue hin. Das ist auch im Zusammenhang mit der Speicherung von Informationen ein wichtiger Punkt, denn wenn Informationen verloren gehen, dann liegt es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eben nicht am Versagen des Materials, sondern am nachlassenden Interesse. Wenn wir an Textverluste aus der Vergangenheit denken, dann drängt sich immer gleich dieses spektakuläre Bild der abbrennenden Bibliothek auf, spätestens nach der Name der Rose. Das ist in Wirklichkeit aber nur ein ganz kleiner Teil des Problems. Die meisten Inhalte, die verloren gegangen sind, hat einfach irgendwann niemand mehr für Aufbewahrenswert, also für Weiterkopierenswert gehalten. Und wenn wir alte Texte noch haben, dann haben wir sie in der Regel nicht deshalb, weil das Material so ungewöhnlich haltbar gewesen wäre, sondern weil sie halt immer wieder abgeschrieben oder nachgedruckt worden sind. Und natürlich gab es und gibt es ein ganzes System von Institutionen, die von Ihnen zum Teil vertreten werden, die für die Überlieferung dieser Texte zuständig sind. Selbst wenn die Bibliotheken abbrennen, dann ist das keine Naturgewalt. Das passiert nicht unbedingt versehentlich. Das hat ironischerweise gerade der zitierte Johannes Tritemius erfahren müssen, der die Bibliothek seines Klosters, während er dort abt war, von 48 Bänden auf über 2000 aufgestockt hatte. Gegen Ende seines Lebens brannte diese Bibliothek tatsächlich teilweise ab, aber nicht versehentlich, sondern weil sie von Mitmönchen in Brand gesteckt worden war. Dass Inhalte verschwinden, weil es zu wenig Interesse an ihrer Erhaltung gibt, ist kein Problem der Vergangenheit. Paul Klimpel hat das vorhin schon gesagt, das haben wir bis heute in der Frühzeit von Radio- und Fernsehsendungen, Klaffen große Lücken, ich habe hier den Wikipedia-Eintrag Doctor Who, Missing Episodes, nur als ein Beispiel von vielen. Als Geocities, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert, ein wichtiges Ding in der Frühgeschichte des Web, als das 2009 geschlossen wurde, waren es auch private Initiativen, die es geschafft haben, noch schnell 652 Gigabyte Daten zu sichern. Das war das Archive-Team. Eine private Initiative, ich will jetzt nicht darauf raus, dass die privaten Initiativen da agiler sind oder sowas, das funktioniert zum Großteil einfach deshalb, weil sie sich in einem nicht so engen rechtlichen Rahmen bewegen, wie Institutionen das tun müssen. Das Archive-Team kommt nicht immer rechtzeitig. Ich fürchte, ich muss es vorlesen, weil das, glaube ich, fürs Radio aufgezeichnet wird. Also hier ist der Eintrag Library of Alexandria. Da geht es darum, dass das Archive-Team in diesem Fall zu spät gekommen ist. The Archive-Team was too late once, and they vowed never to be too late again. Das natürlich nicht stimmt. Sie haben seitdem auch einiges leider wieder verpasst. Erst aktuell haben sie gerade versucht, möglichst viel von Posterous zu retten, das vor wenigen Wochen dicht gemacht hat, am 31. April. Und das wäre jetzt für Yahoo, die, glaube ich, die Inhaber waren, technisch überhaupt kein Problem gewesen, diese Daten zu erhalten oder ein eigenes Archiv anzubieten. Das ist kein technisches Problem. Das Problem hat unter anderem damit zu tun, dass diese Daten fielen und darunter jetzt nicht nur Laien als überhaupt nicht erhaltenswert gelten. Gerade bei Geocities ist es leicht zu denken, die Welt sei besser dran, ohne dieses hässliche Sammelsurium von Quatsch. Aber so denkt natürlich kein anständiger Archivar. Geocities enthält einen großen Teil der Frühgeschichte des Webs und dass diese Sachen ästhetisch so zweifelhaft daherkommen, gehört zu dieser Geschichte untrennbar dazu. Dazu kommen, und das hatten wir jetzt auch in den Vorreden schon, meistens rechtliche Probleme. Die Leute von Archiveteam können, da sie in den USA sitzen, auf Fair Use plädieren, aber auch das ist schon eine Grauzone und sie setzen wohl vor allem darauf, dass sich niemand beschweren wird. In Deutschland ist das mangels Fair Use-Regelung alles noch ein bisschen schwieriger. Oder bei kopiergeschützten Daten, also zum Beispiel bei den meisten E-Books. Die Daten sind zwar in großer Zahl auf den verschiedenen Rechnern und Lesegeräten der Leute gesichert, aber sie sind verschlüsselt und wenn eine einzige zentrale Stelle wegfällt, dann hat man von dieser großen Menge Froschleich recht wenig. Dass in der Diskussion oft so getan wird, als ginge es um technische Probleme, um die Haltbarkeit des Materials, darum, dass Digitales eben keine Marmortafeln sind, dann steckt dahinter, glaube ich, zum Teil auch Wunschdenken, weil diese technischen Probleme natürlich leichter zu lösen wären, als die Probleme, die wir stattdessen haben. Wenn wir nicht nur das theoretisch verfügbare Wissen betrachten, sondern auch das, das praktisch nutzbar ist, dann sind speziell ältere Bücher und Texte oder generell das ältere Material durch die Digitalisierung gerade wieder sehr viel zugänglicher geworden. Ich habe den Text der Einladung zu dieser Veranstaltung meinem Co-Autor Alex Scholz gezeigt, der Astrophysiker ist und der sagte dazu, Haha, ich muss immer lachen, wenn ich sowas höre. Ohne die Digitalisierung wäre ein Großteil meiner Fachliteratur für fast die gesamte Welt so gut wie vom Erdboden verschwunden. Viele Publikationen lagen eben bisher nur in bestimmten Bibliotheken herum, in gedruckter Form, selbst wenn man zufällig vor Ort ist oder wenn man die Publikation bestellen kann, kann man trotzdem noch nichts darin finden. Erst durch die Digitalisierung und Online-Stellung wird das alles wieder wertvoll, vorher war es praktisch auf dem Mond. Das ist jetzt kein interessierter Laie, der da spricht, sondern jemand, der an einer Universität arbeitet seit vielen Jahren und Zugang zu den ganzen Dingen hat, an die man eben nur an Universitäten rankommt. Und falls jemand an dieser Stelle denkt, dass die jungen Wissenschaftlergeschöpfe halt nicht mehr mit Zettelkästen und Mikrofisch umgehen können, dann glaube ich, das funktioniert ab einer bestimmten Veröffentlichungsmenge in einem Fachbereich gar nicht mehr so gut. Die elektronische Archivierung ermöglicht andere Suchmethoden und irgendwann braucht man diese anderen Suchmethoden auch. Und aus meiner eigenen Anschauung kann ich dazu noch sagen, selbst wenn man den Text zur Hand hat, also den Papier in einem Text, ist die digitale Version immer noch die zugänglichere. Ich habe für diesen Vortrag unter anderem ein Buch von Lothar Müller konsultiert, Weiße Magie und eines von Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Ich habe diese Bücher beide auf Papier, nicht unbedingt freiwillig, es hat sich so ergeben. Ich habe sie auf Papier gelesen, aber Giesecke verwende und zitiere ich viel öfter. Da war nämlich zu meiner Überraschung beim Kauf des Buchs eine CD dabei, auf der das ganze Buch plus Bonus-Tracks nochmal als PDF enthalten und durchsuchbar war. Das führt dazu, dass Herr Giesecke in Vorträgen und Texten von mir sehr viel öfter vorkommt, weil ich einfach das, was ich zitieren will, auch wiederfinden kann. Das hat mich letzten Winter ab und zu beschäftigt, als es in der Presse immer wieder um den Verkauf der Strahlsunder Archivbibliothek ging. Und zwar, weil ich mich gefragt habe, ob es bei der Empörung jetzt um den Gegenstand geht, also um die physischen Bücher oder um den Zugang zu den Inhalten. Was wäre anders gewesen, wenn die Strahlsunder Bibliothek die Inhalte vor dem Verkauf digitalisiert hätte? Ich konnte nicht erkennen, dass in der Diskussion getrennt worden wäre zwischen dem Wunsch nach Zugänglichkeit der Buchinhalte und dem Wunsch, die tatsächlichen Bücher aus historischen Gründen weiter in genau dieser Zusammenstellung an genau diesem Ort aufzubewahren. Ich hatte den Eindruck, dass sich die gesamte Diskussion um Gegenstände dreht, also um die Tatsache, dass die Gegenstände durch unsachgemäße Lagerung von Schimmel befallen worden sind, dass die Gegenstände verkauft worden sind und dass die Gegenstände jetzt nicht mehr in dieser Zusammenstellung in Strahlsund einsehbar sind. Dass in diesen Gegenständen auch was drinsteht und dass man diese Inhalte eventuell besser hätte zugänglich machen können als in einem feuchten und offenbar auch nicht besonders seriös verwalteten Archiv, davon war in der Berichterstattung praktisch nicht die Rede. Das ist ein Beispiel dafür, dass der gedruckte Text die Aufmerksamkeit sehr stark auf den physischen Gegenstand Buch lenkt und das beeinflusst wiederum die Prioritäten, die man beim Geldausgeben setzt. Ein zweiter Punkt, also wir sind jetzt bei den Problemen der haltbaren Medien, ist, dass auch gerade das, was am gedruckten Text öfter gelobt wird, dass er nämlich nicht einfach über Nacht wieder geändert werden kann, dass ja auch das kein reiner Vorteil ist. Es ist genau dieselbe Eigenschaft, die es mit sich bringt, dass Fehler, die sich mal in den Text eingeschlichen haben, darin ziemlich lange stehen bleiben und dann, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, auf diesem Grabstein ist zuerst das Sterbejahr 1975 eingraviert worden und dann später noch mal mehr schlecht als recht in 1985 korrigiert. Man muss sich halt entscheiden, entweder haltbares Medium oder einfache und schnelle Fehlerkorrektur, beides geht nicht. Man kann den Text in Stein meißeln, dann sind auch die Fehler dauerhaft oder man schreibt ihn ins Netz, dann sind die Fehler leicht zu beheben, aber auch der übrige Text ist halt nicht ganz so dauerhaft wie auf einer Steintafel. Ähnliches Problem hat man mit Informationen, die sich schnell verändern, mit Werken, die sehr umfangreich sind, wenn die englischsprachige Wikipedia ein Lexikon auf Papier wäre, dann hätte sie ungefähr 10.000 dicke Bände, das passt in die meisten Privatwohnungen schon nur noch ganz schlecht rein. Bei der Deutschen wären es immer noch ungefähr 3.000 Bände und wenn man statt Papier auf ein wirklich haltbares Medium setzt, dann wird es nicht besser. Das hier ist der frisch gestartete Dienst Memory of Mankind, der für Privatleute und Institutionen beliebige Inhalte auf Tontafeln brennt und in einem ehemaligen Salzbergwerk einlagert. In der kleinsten Schriftgröße passen 10 A4-Seiten auf eine Tafel, also sagen wir großzügig 5 Wikipedia-Einträge, das macht immer noch um die 300.000 Tontafeln allein für die deutsche Fassung. Das sind aber nur die relativ konkreten Nachteile haltbarer Medien. Es gibt auch abstraktere Einwände. Harold Innes war ein inzwischen gar nicht mehr so bekannter kanadischer Vorläufer von Marshall McLuhan und Innes hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts zwei Arten von Medien unterschieden, nämlich die, die er als Spacebinding bezeichnet und die, die er als Timebinding bezeichnet. Das sind ganz grob zusammengefasst bei den zeitbindenden Medien, sowas wie Steintafeln oder handgeschriebene Texte auf Pergament. Heute würde er vermutlich auch das Papier dazu zählen. Inhalte, die man in einer solchen zeitbindenden Form niederlegt, halten ein paar Generationen lang, erreichen aber ein begrenztes Publikum. Bei den Raumbindenden ist es genau umgekehrt. Sie sind Flüchtige, haben aber eine größere Reichweite. Die Reichweite ist da erstmal rein räumlich gemeint, aber aus der größeren räumlichen Reichweite ergibt sich in der Regel natürlich auch ein größeres Publikum, außer in Kanada, da kann man seinen Radius um 1000 Kilometer erweitern und erreicht immer noch nur 12 Leute mehr. Zu diesen raumbindenden Medien gehört für Innes Radio, Fernsehen, überregionale Tageszeitungen und er ist dann in den 50ern gestorben, aber sonst hätte er vermutlich auch das Internet und das E-Book dazu gezählt. Innes leitet jetzt aus diesen unterschiedlichen Eigenschaften der Medien Folgen für die jeweilige Gesellschaft ab. Die zeitbindenden Medien, sagt er, fördern Stabilität, Gemeinschaft, Tradition, Religion. Die raumbindenden fördern schnelle Veränderungen, Materialismus, Säkularismus, die Ausdehnung von Machtbereichen. Es ist also nicht nur so, wie man jetzt als nicht Innes lesender Mensch annehmen könnte, dass die Kirche zur Beliebtheit des Pergaments beiträgt, sondern es ist umgekehrt auch die Art des Pergaments, die die Dominanz der Kirche stärkt, mit ihren Ideen, die für die Ewigkeit niedergelegt sind und die nur für recht wenige Menschen zugänglich sind. Umgekehrt sagt Innes, dass die Vorherrschaft der Tageszeitung zu Kommunikationsmonopolen führt und dazu, dass langfristige Entwicklungen und dauerhafte Ideen eher zu kurz kommen. Außerdem trägt das gedruckte Wort natürlich dazu bei, dass andere Formen der Wahrnehmung, andere Ausdrucksformen in den Hintergrund treten. Die mittelalterlichen Manuskripte sind noch in erster Linie vorgelesen worden. Mit dem Buchdruck tauchen dann Dinge wie Tafeln, Diagramme, grafische Darstellungen in den Büchern auf, die sich nicht mehr vorlesen lassen. Lothar Müller, der Autor von Weiße Magie, schreibt dazu, Die Typografie, so liest es sich bei McLuhan, lässt das dialogische Stimmengewirr um die handschriftlich verfassten Bücher und das laute Lesen verstummen. Sie begab den typografischen Menschen mit der Fähigkeit zu Distanzierung und Unbeteiligtsein, einer entscheidenden Voraussetzung für die Entschlossenheit, mit der er den wissenschaftlichen Fortschritt in Medizin, Naturwissenschaften und Technik vorantreibt usw. Das Distanzorgan Auge entfaltet sich auf Kosten des Sozialsten der Sinne des Ohres und begünstigt damit den Individualismus. Das war das Buch Weiße Magie, das ich nur auf Papier besitze und gar nicht so gerne benutze, weil es ironischerweise ziemlich schlecht riecht. Digitale Texte sind also nicht einfach nur eine andere Darreichungsform, genau derselben Inhalte, die wir bis dahin auf Papier hatten. Das Digitale ist ein ganz neues Tier mit ganz neuen Eigenschaften. Es kann die vorhandenen Speicherformen ergänzen, es kann sie korrigieren und es trägt dazu bei, dass wir uns von den zeitbindenden Medien mit ihren Vor- und Nachteilen immer weiter wegbewegen, hin zu den Vor- und Nachteilen der Raumbindenden. Man darf dabei nachher aus den Augen verlieren, dass das Papier, das ja in den Diskussionen um dieses Thema, wie ich sie kenne, ich weiß jetzt nicht, wie es heute Nachmittag war, das Papier wird ja üblicherweise als das ganz gewichtige, haltbare, verlässliche, zeitbindende Medium dargestellt. In allen Vorläuferdiskussionen, bevor die Digitalisierung auftauchte, war aber das Papier genau das Objekt dieser Besorgnis. Es galt als ganz zweifelhaftes, ständig vom Zerfall bedrohtes Trägermedium. Das gesprochene Wort gehört für Innes zu den zeitbindenden Medien und für Innes ist der Idealzustand einer Zivilisation der, in dem es ein Gleichgewicht gibt zwischen dem Gesprochenen und dem Geschriebenen. Teil seiner Theorie ist, dass es mit den alten Griechenberg abgegangen sei, als das Redenhalten vom Aufschreiben abgelöst wurde. Er hat deshalb dafür plädiert, die mündliche Tradition an den Universitäten wieder zu stärken. In dem Zusammenhang fände ich es extrem spannend, in einem Paralleluniversum zu leben, in dem Harold Innes das Internet noch miterlebt hat. Ich wüsste sehr gern, was er dazu gesagt hätte. Unter anderem wüsste ich sehr gerne, wie viel von dem, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, also großzügig gerundet, wie viel er davon als mündliche Kommunikationsform betrachtet hätte. Es wird ja vieles aufgeschrieben, was aber stilistisch tatsächlich ganz nahe im mündlichen Austausch ist. Die schriftlichen Diskussionen, die in ihrer Form nahe an der mündlichen Diskussion sind, Chats, Kurznachrichten mit allen ihren Eigenheiten, mit denen sie halt versuchen, die mündliche Rede möglichst weitgehend nachzubilden. Möglichst weitgehend war vielleicht falsch. Also sagen wir teilweise nachzubilden. Diese Mischformen zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Die wachsende Bedeutung zu meinem Leidwesen in den letzten Jahren von Podcasts und Videos. Die großen Online-Kurse der Universitäten, die jetzt gerade in den letzten paar Jahren neu auftauchen und überwiegend auf Videos basieren und weltweit zum Teil viele hunderttausend Teilnehmer haben. Die Frage, ob das eher schriftliche oder eher mündliche Formen des Austausches sind, fände ich in dem Zusammenhang sehr spannend. Auch das, was Lothar Müller zitiert, das dialogische Stimmengewirr um die handschriftlich verfassten Bücher und das laute Lesen ist ja was, was sich jetzt gerade wieder um die Texte herum erhebt, im Internet sowieso, wo alles kommentierbar ist, wenn nicht am selben Ort, dann gleich nebenan. Und auch bei den E-Books gibt es da jetzt ja erste Ansätze, um das Buch herum wieder dieses Stimmengewirr anzubringen, die dann also den Buchtext mit einer parallelen Diskussion verbinden. Eigentlich hätte das Harold Innes alles gefallen müssen, glaube ich. Wenn es jetzt heute heißt, dass das, was wir digital produzieren wegen seines Speichermediums vom Verschwinden bedroht ist, dann geht es dabei sehr oft um Inhalte, die noch vor wenigen Jahren überhaupt nicht archiviert worden sind. Alltagsgespräche sind früher unarchiviert gebleiben, wenn sie jetzt nicht gerade von der Stasi aufgezeichnet worden sind. Das ist heute schon bei demjenigen Teil der Alltagsgespräche anders, die schriftlich stattfinden, also zum Beispiel in Chats, bei Twitter, bei Facebook, wenn man so will. Sprachforscher haben, seit es das Netz gibt, ganz andere Möglichkeiten als früher, den tatsächlichen Sprachgebrauch anhand eines riesigen Textkorpus zu untersuchen, also über den Sprachgebrauch im Alltag herauszufinden. Ich lebe in einer Fernbeziehung und, also geraten würde ich sagen, 50 bis 90 Prozent dessen, was ich mit meinem Freund überhaupt geredet habe, liegt in Schriftform vor. Ich gucke nicht nach, aber ich könnte herausfinden, worüber wir 2005 geredet haben. Das kann sich auch für denjenigen Teil der Alltagskommunikation, der rein mündlich, also jetzt in der ganz klassischen, alten, mündlichen Form stattfindet, in naher Zukunft ändern, nämlich dann, wenn sich diejenigen Formen von Live-Aufzeichnung von allen, die im Moment nur von ein paar experimentierfreudigen Exzentrikern praktiziert werden, in die breite Masse fortsetzen, dann wird man womöglich auch das tatsächlich Gesprochene routinemäßig aufzeichnen. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der an dieser Stelle ein leichtes Unbehagen verspürt im Publikum und dieses Unbehagen ist ja auch interessant, weil wenn alles, was mündlich passiert, dauerhaft und lückenlos archiviert werden soll, weil sonst für die Nachwelt was Wissenswertes verloren gehen könnte, dann erhebt sich so ein allgemeines Gebrummel, das beim Schriftlichen eher umgekehrt ist, in dem Moment, wo jemand sagt, wir müssen vielleicht nicht alles aufbewahren, dann runzelt man die Stirn. Alltagskommunikation ist nur ein Punkt, an dem wir heute was routinemäßig aufbewahren, was früher einfach ungespeichert verloren gegangen ist. Ein anderer Punkt ist die detaillierte Entstehungsgeschichte von Texten, hier noch in einer relativ klassischen Form, die Versionsgeschichte der Wikipedia, aber da kann ich den ganzen Text neu schreiben und dann einmal speichern, dann taucht diese neue Version einmal in der Versionsgeschichte auf. Das sind Momentaufnahmen in einem relativ weiten vom Nutzer bestimmten Abstand. Bei Google Docs, in denen ich meistens arbeite, ist das nicht mehr vom Nutzer bestimmt, sondern es wird einfach, also hier kann man das sehen, ein paar Mal pro Minute wird so eine Momentaufnahme des Textes gemacht und der Trend geht offenbar dazu, diese Aufnahmen in immer noch kürzeren Abständen zu machen. Ich muss dazu mal kurz aus der Präsentation raus und in den Browser hinein. Das ist ein anderer Editor, in dem ich gerade mit einem Co-Autor ein Buch schreibe und in dem es diese Replay-Version gibt, wo man jeden Schreibfehler des Autors nachvollziehen kann. Ich erkläre es ein bisschen dazu für die Aufzeichnung. Ich habe das zuerst 2009 in Etherpad gesehen, leider gibt es inzwischen kein Etherpad mehr, Google hat das gekauft und stillgelegt, aber es gibt inzwischen diverse Nachfolgeeditoren, die alle diese Replay-Version haben und ich gucke mir das auch bei anderen Autoren sehr gerne an, wo man dann sehen kann, was alles hingeschrieben und dann wieder ausgetauscht wird oder wo die Leute ihre Tippfehler machen. Ja, so sieht das aus. Autoren und Wissenschaftler beklagen gerne mal, dass man bei der Beschäftigung mit alten Texten, wenn man sie nur digital betrachtet, dass einem dann viele Details fehlen, die man eben im Lesesaal der Bibliothek noch mitbekommen hätte. Wie fühlt sich das Papier an, wie riecht es, wie... Ja, ich weiß auch nicht. Oft fehlt einem ja dann doch auch die Handschrift des Autors, aber oft liegt die ja dann auch im Digitalisat vor. Ich hätte dazu sehr gerne den Kulturhistoriker Wolfgang Schiefelbusch zitiert, der sich darüber vor ein paar Wochen in der Süddeutschen ausgelassen hat. Anfang Mai war das, aber weil die Texte aus der Süddeutschen nicht im Netz stehen, müssen wir uns stattdessen mit meiner schwachen Erinnerung an den Sachverhalt begnügen. Worauf ich eigentlich raus will, ist, dass mindestens genauso viele andere Details fehlen, wenn man den Text wieder nur als statischen Gegenstand vorliegen hat. Und das ist grundsätzlich nicht möglich, beides gleichzeitig zu haben. Diese Frage dessen, was die digitale Form archiviert, was früher gar nicht archiviert worden wäre, und was da so die Desiderata sind, wo man eigentlich auch nochmal ran müsste, ist leider ein Thema für einen ganz eigenen Vortrag, das jetzt heute nicht mehr reinpasst. Deshalb komme ich direkt zum Schluss. Nämlich, dass das Problem dasselbe wie immer ist. Wo ist mein Vorredner? Also, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, dass die technische, also dass die Haltbarkeit des Materials jetzt nicht das zentrale Thema ist. Ich hätte dieses letzte A in Thora durch Aufmerksamkeit ersetzt, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dafür, dass es da überhaupt etwas gibt, was aufbewahrt werden sollte. Wir brauchen die finanziellen, die rechtlichen, die institutionellen Rahmenbedingungen, die es überhaupt möglich machen, was aufzubewahren. Ich habe versucht, mir ein fiktives Beispiel für ein möglichst vergängliches Archivmaterial auszudenken. Ich dachte an S-Papier und dann fiel mir aber gerade noch rechtzeitig ein, man braucht gar kein fiktives Beispiel, das gibt es. Die Abbildung zeigt einen Saal des Wawilow-Instituts für Pflanzengenetik in St. Petersburg, das ist 1921 gegründet worden und hat lange Zeit, also ich glaube sogar den Großteil des 20. Jahrhunderts hindurch, die größte Artgutsammlung der Welt beherbergt. Während der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg sind in Leningrad über eine Million Menschen verhungert, darunter auch Wissenschaftler an diesem Institut und das Archivgut in diesem Gebäude ist essbar. Es besteht aus Reis und Kartoffeln unter anderem und es ist trotzdem erhalten geblieben. Das Archiv hat nicht nur mit Problemen wie Blockade, Hungersnot und Krieg zu kämpfen gehabt, das Saatgut muss auch alle paar Jahre ausgepflanzt und neu vermehrt werden, weil es sonst seine Keimfähigkeit verliert. Am Beispiel dieses Instituts kann man sehen, dass das alles machbar ist, das ist eine Frage des Willens, der Infrastruktur, der politischen Unterstützung. Tatsächlich hat dieses Institut später, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, dann sehr viel größere Probleme bekommen. Genauso wenig wie man Kartoffeln in eine leichter archivierbare Form bringen kann, kann man digitale Inhalte in eine leichter archivierbare Form bringen, ohne dass ihre wesentlichen Eigenschaften verloren gehen. Es hat deshalb keinen Sinn, sich nach haltbaren Kartoffeln umzusehen oder nach Dateien aus Marmor zu sehnen. Was wir stattdessen brauchen, sind Strukturen, die sich an die Eigenschaften der Kartoffel und der digitalen Inhalte anpassen und nicht umgekehrt. Vielen Dank. Vielen Dank.